Zweidimensionale Gitterfehler In diesem Abschnitt werden zweidimensionale Gitterfehler vorgestellt. Zu den zweidimensionalen Gitterfehlern zählen Grenzflächen wie Korn-, Zwillings- und Phasengrenzen sowie Stapelfehler. Es wird nun im Folgenden auf die einzelnen Gitterdefekte eingegangen und diese werden näher erläutert. Korngrenzen Werkstoffe bestehen in den meisten Fällen nicht aus einem einzigen Kristall, sondern aus einem Zusammenschluss vieler unterschiedlicher Kristalle, die als Kristallite oder Körner bezeichnet werden. Polykristallite entstehen beispielsweise durch eine unterschiedlich schnell erstarrende Schmelze oder durch eine inhomogene Behandlung mit einer konstanten Temperatur. Es bilden sich sogenannte Keime, die aus mehreren tausenden zusammengewachsenen Atomen bestehen. Mit vollständiger Kristallisierung entstehen also zufällig orientierte, räumliche Kristallbereiche. Ist der Orientierungsunterschied größer als ein Winkel von 15 Grad, wird dieser Bereich als Großwinkelkorngrenze bezeichnet. Kleinwinkelkorngrenzen, welche aus einer Reihe von Stufenversetzungen gebildet werden, bedeuten also, dass nur kleine Orientierungsunterschiede unter 5 Grad vorherrschen. Dort findet man somit fast störungsfreie Übergänge zwischen den Kristallen. Polykristalline Werkstoffe weisen oft gute Eigenschaften auf und werden bei der Werkstoffherstellung sogar gefördert, da Korngrenzen die Festigkeit steigern. Phasengrenzen Sobald sich Unterschiede bei den durch eine Grenzfläche getrennten Gitterbereiche in ihrer chemischen Zusammensetzung und oder strukturellen Anordnung ihrer Atome bilden, so spricht man von der Fehlerart Phasengrenze. Es gibt drei Arten von Phasengrenzen, die wegen der Abweichungen in Gitterabständen und Strukturen der Phasenbereiche in kohärent, teilkohärent und inkohärent eingeteilt werden. Zwei Phasen in einem Grundwerkstoff können alle drei Grenzflächentypen aufweisen, häufig auch in zeitlicher Abfolge. Werden also durch elastische Gitterverzerrungen die Abstände und oder die Struktur überbrückt, ohne dass der Gitterzusammenhalt unterbrochen wird, dann handelt es sich um eine kohärente Grenzfläche. Mit größer werdendem Unterschied zwischen den Gitterbereichen werden in den Grenzflächen zunehmend Gitterfehler eingebracht, sodass der Zusammenhalt der Gitter teilweise, teilkohärent oder vollständig, inkohärent, verloren geht. Eine kohärente Phasengrenze trennt also ähnliche Phasen. Die zweite Phase besitzt die gleiche Struktur wie das Matrixgitter, verzerrt dieses aber elastisch. Eine inkohärente oder teilkohärente Phasengrenze trennt Phasen mit größeren strukturellen Unterschieden. Die eingebrachte Phase besitzt eine andere Struktur als das Matrixgitter, verzerrt dieses aber nicht. Zwillingsgrenzen Zwillingskorngrenzen bilden eine spezielle Art der Korngrenzen. Die Besonderheit findet sich in der Ausrichtung gegenüberliegender Gitter wieder, die gerade spiegelbildlich angeordnet sind. Eine solche Zwillingskorngrenze ist stets symmetrisch und somit energieniedrig aufgebaut. Da die Gitterbereiche also unter einem Winkel spiegelbildlich zu einer Symmetrieebene liegen, können dadurch große Orientierungsunterschiede in den Zwillingskorngrenzen mit sehr geringer Verzerrung überbrückt werden. Das niedrige Energieniveau erklärt sich dadurch, dass bei Zwillingskorngrenzen die Gitterfehler nur zwischen Grenzflächen benachbarter Ebenen auftreten. Zwillingskorngrenzen sind irreversible plastische Verformungen von Gitterbereichen, die durch schnelle mechanische Beanspruchung gebildet werden können. Stapelfehler Der letzte zu beschreibende flächenförmige Fehler ist der relativ einfach zu verstehende Stapelfehler. Findet sich in einer homogenen, periodisch angeordneten Ebene eine lokale Abweichung wieder, wird es als Stapelfehler bezeichnet. So kann beispielsweise die Stapel-Ebene der dichtestgepackten in kubisch flächenzentrierten Gitter mit normalerweise ABC-ABC lokal die Folge ABA-CAB aufweisen. Solche Stapelfehler können beispielsweise entstehen, wenn sich eine Versetzung in zwei kleinere Versetzungen aufteilt. Dadurch entstehen neue Flächen. Die Stapelfehler-Energie gibt dabei den Energiezuwachs pro Einheitsfläche durch einen Stapelfehler an. Ist die Stapelfehler-Energie hoch, führt dies zu kleinen Stapelfehlerflächen. Ist die Stapelfehler-Energie klein, ergibt sich eine große Stapelfehlerfläche. Während in Werkstoffen mit hexagonal dichtest und kubisch dichtest gepackten Strukturen die Stapelfehler-Energien eine große Bandbreite aufweisen, ist die Stapelfehler-Energie in kubisch-raumzentrierten Werkstoffen hoch. Damit ergeben sich nur schmale Stapelfehlerflächen. Das heißt, es muss zur Erzeugung eines Stapelfehlers viel Energie aufgewendet werden. Dieses resultiert in einer schlechteren plastischen Verformbarkeit als bei Werkstoffen mit dichtest gepackten Strukturen. Zusammenfassung Zweidimensionale Gitterfehler werden in vier Arten eingeteilt. Korngrenzen, Phasengrenzen, Zwillingsgrenzen und Stapelfehler. Korngrenzen Korngrenzen trennen zwei Körner eines Kristalls, das heißt zwei Bereiche mit unterschiedlicher räumlicher Orientierung des Gitters, abhängig vom Winkel. Phasengrenzen Phasengrenzen unterscheiden sich durch eine festgelegte Grenzfläche, die die Bereiche mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung und oder strukturellen Anordnungen trennt. Dies hängt von den Abweichungen des Gitterabstandes und der Gitterstruktur ab. Zwillingsgrenzen Ein Flächendefekt, der zwei spiegelbildlich fehlorientierte Gitterbereiche trennt. Stapelfehler Stapelfehler treten auf, wenn der periodische Stapel der einzelnen Ebenen eines Kristalls gestört ist. Durch flächenförmige Fehler werden ebenfalls Spannungsfelder im Kristallgitter und im Gefüge erzeugt. Diese führen zu einer Erhöhung der Festigkeit.